Xiaomi vs. Samsung. Heute werden dir die Finanzen beider Unternehmen aus dem Jahr 2020 gegenübergestellt und du erfährst weitere interessante Fakten, wie zum Beispiel die Entwicklung der Marktanteile bei den Smartphones. Herzlich willkommen zu Aktienworld. Ich bin Andrei. Vorab der Hinweis, das Video stellt keine Beratung oder Empfehlung, da es ist lediglich meine persönliche Meinung zu den im Video genannten Aktien. Beginnen wir direkt mit den aktuellen Finanzen beider Unternehmen zum 4. Quartal 2020. Xiaomi hat im Vergleich zum 4. Quartal 2019 einen Anstieg bei den Umsatzerlösen von 25% hingelegt und Samsung von 3%. Man muss dazu sagen, quasi selbstverständlich ist der Anstieg bei Samsung geringer, da auch einfach die absoluten Zahlen wesentlich größer sind. Samsung spielt hier noch einmal in einer anderen Liga und je größer das Unternehmen, desto schwieriger ist es, hohe Wachstumsraten hinzulegen, da natürlich immer mehr Kapital bewegt werden muss. Die gestiegenen Umsätze von Xiaomi kommen dabei im Wesentlichen aus dem Smartphone-Bereich und bei Samsung waren die Umsätze aus dem Halbleiter-Bereich für den Anstieg verantwortlich. Die Gewinne von Xiaomi sind um 93% gestiegen, das lag natürlich auch am organischen Wachstum, aber primär waren die Beteiligungen dafür verantwortlich. Xiaomi hat ja unglaublich viele Beteiligungen. 310 zum Stand 31.12.2020 und diese Beteiligungen haben sich einfach im Wert erhöht, das nennt sich Fair Value Changes on Investments. Dabei betreffen diese Investitionen vor allem Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette. Xiaomi erwirbt diese, um die Fertigung noch fortschrittlicher gestalten zu können. Bei Samsung ist der Gewinn auch gestiegen um 26% und hier lag es am organischen Wachstum. Die Umsätze sind ja gestiegen und auch die Bruttomarge, zudem gab es keine großen Sondereffekte in der Gewinn- und Verlustrechnung und daher auch der Anstieg bei den Gewinnen. Interessant finde ich noch, dass es Xiaomi geschafft hat, die Bruttomarge von 14% im vierten Quartal 2019 auf 16% im vierten Quartal 2020 zu steigern, denn das Geschäftsmodell ist ja darauf ausgelegt, niedrige Margen zu erzielen. Daher ist das definitiv ein großer Pluspunkt. Auch bei Samsung ist die Bruttomarge gestiegen auf 39% und in der letzten Zeile siehst du noch die Eigenkapitalquoten. Die sind auch bei beiden Unternehmen wirklich sehr, sehr gut. 49% bei Xiaomi und ganze 73% bei Samsung. Kommen wir jetzt zum kompletten Jahr 2020. Auch hier haben sich beide sehr gut entwickelt. Xiaomi hat die Umsätze um 19% steigern können und Samsung um 3%. Nicht verwunderlich, bei Xiaomi kam der Anstieg durch die Smartphones. Das ist ja auch der Bereich, der mit Abstand den größten Teil der Umsätze ausmacht, aber das zeige ich dir gleich noch detaillierter. Bei Samsung kam der primäre Anstieg durch den Halbleiterbereich. Die Gewinne von Xiaomi haben sich mehr als verdoppelt. Wieder lag der wesentliche Grund in den Beteiligungsveränderungen beziehungsweise in den Bewertungsveränderungen der Beteiligungen, aber auch das operative Geschäft ist gewachsen. Das siehst du auch an der Bruttomarge, die sich auf 15% erhöht hat. Bei Samsung wieder dasselbe Spiel wie rein im vierten Quartal. Die Zunahme der Gewinne kommt aus dem operativen Geschäft. Sie haben es eben auch geschafft, die Bruttomarge auf 39% zu erhöhen und in der letzten Zeile siehst du dann noch die Eigenkapitalrenditen beider Unternehmen. Hier ist Xiaomi deutlich stärker. Man muss aber auch verstehen, welche Zahlen hier hineinfließen. Der Gewinn von Xiaomi ist ja geprägt durch die Beteiligungen. Das ist ja auch jedes Jahr so, also das ist nichts Ungewöhnliches. Dennoch muss man das eben mit berücksichtigen. Es ist nicht das rein operative Geschäft. Das heißt, die Gewinne können auch einmal stark sinken, falls die Beteiligungen abgeschrieben werden müssen. Das alles nur als Hinweis, denn letztendlich konnten beide Unternehmen die Eigenkapitalrendite steigern und ein Punkt, der dir sicherlich schon aufgefallen ist, zwecks der Vergleichbarkeit habe ich alle Zahlen in Dollar umgerechnet. Schauen wir uns jetzt noch die Umsatzerlöse von Xiaomi im Detail an und man sieht es direkt auf den ersten Blick, alle Bereiche konnten einen Anstieg verzeichnen. Sehr wesentlich natürlich die Smartphones mit 25%. Die machen auch den absolut größten Anteil am Gesamtumsatz aus, ganze 62%. Die Umsätze beim Internet der Dinge sind um 9% gestiegen und sie machen immer noch 27% der gesamten Umsätze aus. Dann haben wir noch die Internet-Services und den Rest. Beide Positionen sind aber mit in Summe 11% nicht wirklich wesentlich. Dennoch konnten die Umsätze in beiden Bereichen mit 20% und 38% gut gesteigert werden. Bei Xiaomi steht und fällt alles mit dem Smartphone-Bereich. Das ist ja auch kein großes Geheimnis. Aus Sicht der Umsätze hat der Bereich sogar noch mehr Gewichtung bekommen, denn im Jahr 2019 lag der Anteil am Gesamtumsatz noch bei 59%. Jetzt die Umsatzerlöse von Samsung. Interessant sind hier vor allem der erste Bereich Informationstechnologie und Mobilkommunikation und auch die Unterhaltungselektronik, da sich auch Xiaomi in diesen Bereichen bewegt. Der erste Bereich ist um 7% gesunken bezüglich der Umsätze. Die Halbleiter gleichen das aber wieder aus mit einem Anstieg von 8% und beide Bereiche machen auch einen ähnlich großen Anteil am Gesamtumsatz aus, nämlich 38% und 40%, wie du es in der Spalte ganz rechts siehst. Unterhaltungselektronik umfasst zum Beispiel Fernseher und Drucker und auch diese Umsätze sind angestiegen, nämlich um 6%. Der Bereich macht in Summe 19% der Umsatzerlöse aus und der Rest ist zwar um 9% gesunken, der ist aber auch nicht wirklich wesentlich. Ein Punkt noch als Hinweis, die Umsatzerlöse in Summe sind nicht die, die ich dir zu Beginn präsentiert habe, das liegt aber einfach an den Inter-Company-Umsätzen. Das heißt, wenn zum Beispiel die Muttergesellschaft mit einer Tochter Geschäfte macht, die Aufteilung der Umsätze stimmt aber, das ist so direkt aus dem Jahresabschluss entnommen, sie konsolidieren die Bereiche nicht zu 100% im Bericht, deshalb kommt es zu Differenzen. Samsung ist in Summe breiter aufgestellt als Xiaomi. Erstens haben sie diesen Halbleiterbereich und zweitens sind sie nicht so stark fokussiert auf die Smartphones wie eben Xiaomi. Die geografische Verteilung der Umsatzerlöse sieht dann folgendermaßen aus. Bei Samsung ist sie wirklich unglaublich gleichmäßig. Die USA ist mit 33% noch am höchsten gewichtet und auf Platz 2 ist Europa mit 19%. Danach kommen China, Asien und Afrika und Korea mit 16%. Es ist auch interessant, dass Samsung das so ausgeglichen hinbekommt. Ich habe noch kein Unternehmen gesehen, das das so geschafft hat. Ein Punkt noch zwischendurch, wenn dir solche Vergleiche gefallen, dann lass mir doch einen Daumen hoch da, das hilft mir als kleiner YouTuber wirklich sehr. Besten Dank. Bei Xiaomi sieht die geografische Umsatzverteilung ganz einfach aus. Gerundet sind es wirklich 50% in China und 50% im Rest der Welt. Zum Rest der Welt schreiben sie noch, dass das hauptsächlich Indien und Europa betrifft, aber sie teilen es im Jahresabschluss leider nicht weiter auf. Kommen wir jetzt zu den weltweiten Marktanteilen bei den Smartphones. Ein wirklich sehr interessanter Punkt. Die Statistik geht dabei vom Januar 2020 bis zum März 2021. Samsung steht dabei unverändert auf Platz 1 mit 28,4% Marktanteilen. Sie haben aber eine leicht abnehmende Tendenz, denn zum Januar 2020 standen sie noch bei 31,3%. Apple ist auf Platz 2 und konnte Marktanteile in diesem Zeitraum gewinnen. Sie sind aktuell bei 27,4%. Spannend wird es bei Xiaomi. Sie haben nämlich in diesem Zeitraum Huawei überholt. Aktuell liegen sie bei 10,3%. Das ist schon eine unglaubliche Geschichte, die Xiaomi hier hinlegt. Man muss immer noch berücksichtigen, dass das Unternehmen erst im Jahr 2010 gegründet worden ist. Und sie haben bereits jetzt über 10% der Marktanteile am Smartphone-Markt. Dass sie sehr großes Potenzial haben, ist ja kein Geheimnis. Es bleibt einfach spannend, wie sich vor allem der Smartphone-Bereich weiterentwickeln wird. Unten siehst du dann noch, dass ich dir die meiner Meinung nach wesentlichen vier Unternehmen eingeblendet habe. Alle anderen siehst du hier gar nicht. In Summe haben wir also eine sehr positive Tendenz für Xiaomi und eine leicht negative für Samsung. Da ich immer wieder auch um meine persönliche Einschätzung gebeten werde, kommen wir jetzt zu diesem Punkt. Bei Samsung ist es relativ einfach. Sie sind ein absolut solides Unternehmen. Sie legen solide Wachstumsraten hin, haben eine breite Produktpalette und auch breiter als Xiaomi. Und auch geografisch gesehen sind sie bezüglich der Umsatzerlöse sehr gut verteilt. Sie sind zwar Weltmarktführer bezüglich der Marktanteile bei den Smartphones, aber es gibt eben eine leicht abnehmende Tendenz. Bei den Risiken bzw. Schwächen sehe ich persönlich eigentlich keine große rote Flagge bei Samsung. 16% der Umsatzerlöse werden in Südkorea erzielt. Das sollte man bezüglich des Währungsrisikos im Kopf behalten. Das ist aber natürlich kein unbekanntes oder neues Risiko, von dem her würde ich das auch nicht übergewichten. Ich denke für viele ist es so und auch für mich persönlich, Xiaomi ist der Favorit, weil sie einfach ein hoch innovatives Unternehmen sind. Sie haben sehr starke Wachstumsraten bei den Umsätzen und auch bei den Smartphone-Marktanteilen weltweit. Unternehmen, die sich immer auf bestimmte Produkte fokussieren, wie Xiaomi, auf die Smartphones finde ich immer sehr gut. Das heißt aber nicht, dass Samsung automatisch schlechter ist, nur weil sie breiter aufgestellt sind. Ich meine man muss einfach in seinem Kompetenzbereich bleiben, um seine Stärken ausspielen zu können. Als Steve Jobs von Apple hinausgeworfen wurde, hat Apple mit der Zeit begonnen Mode und sogar Surfbretter zu verkaufen. Das siehst du hier einmal. Das war im Nachhinein natürlich völlig sinnfrei, da Apple hier keine Kompetenz in diesen Bereichen hatte. Als Steve Jobs dann zurückgekommen ist, hat er das aber auch sofort eingestampft. Also das nur als Beispiel bezüglich des Kompetenzbereichs. Interessant wird es jetzt natürlich mit dem geplanten E-Auto von Xiaomi. Davon hast du sicherlich schon gehört. Ein unglaublich spannender Markt mit sehr viel Potenzial und ich persönlich traue es Xiaomi definitiv zu, dass sie sich hier, beziehungsweise dass sie hier ein sehr gutes Produkt abliefern. Die größte Schwierigkeit sehe ich in der Unternehmensbewertung. Das ist natürlich keine Schwäche von Xiaomi, sondern eine Frage der persönlichen Einschätzung. Das heißt, bei welchem Kurs ist das Unternehmen potenziell unterbewertet. Die ganzen Informationen, wie die Wachstumsraten bei den Umsätzen, die Marktanteile bei den Smartphones und auch das E-Auto sind natürlich schon im Kurs eingepreist. Wann die Aktie dann unterbewertet ist oder ob sie aktuell schon unterbewertet ist, muss jeder für sich selbst beantworten. Schreib mir deshalb sehr gerne deine Meinung dazu in die Kommentare. Ich hoffe, du konntest neue Informationen aus diesem Video mitnehmen und damit bis zum nächsten Mal.